Alkohol, ihr kennt ihn doch alle. Ja, moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video und zwar heute mal über den Alkohol. Und zwar, ihr kennt ihn denke ich mal alle, den guten alten Alkohol, ob süß oder heftig, also Wodka oder Alkoholpops oder wie man das nennt. Und ihr kennt ihn auf jeden Fall alle. Und Alkohol, die Wirkung ist immer gleich. Ich habe mich auch schon oft zugeschüttet mit Alkohol und habe natürlich einen enormen Kater. So, jetzt ist es so, wie wirkt eigentlich Alkohol? Also, oder wie fühlt sich das an? Ich meine, ihr habt doch alle doch schon mal irgendwie Alkohol getrunken. Ich habe es auch schon gemacht. Ihr bestimmt auch. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal Alkohol getrunken habt oder ob ihr schon mal betrunken wart. Das würde mich auch mal interessieren. Und ich fange jetzt mal an, zum Beispiel Alkohol zu trinken. Das ist natürlich jetzt, ich trinke jetzt nicht in Wirklichkeit Alkohol. Ich trinke und ich spüre erstmal nichts. Wenn ich irgendwo in einer Bar sitze oder im Restaurant sitze, spüre ich erstmal irgendwie nichts. So, dann stehe ich auf und ich merke, dass ich schwanke und viel rede und offener bin und freizügiger bin und Sachen mich traue, die ich mir früher nie getraut habe. Und dann will ich immer mehr Alkohol trinken, bis ich dann irgendwann mal merke, oh scheiße, ich habe zu viel getrunken. Und das fängt dann an, spätestens wenn deine Birne sich immer mehr dreht, immer mehr dreht, immer mehr dreht und dann plötzlich du kotzen musst. Und wenn du kotzen musst, dann kannst du sicher sein, dass du einen Alkoholkater bekommst, der heftig ausfallen kann mit Kopfschmerzen, mit Fieber, mit Erbrechen, bis nichts mehr kommt. Und selbst wenn nichts mehr im Magen ist, musst du noch erbrechen. Teilweise kommt dann auch Blut raus und du wünschst dir teilweise, dass du tot bist. Es gibt wirklich, manchmal ist der Alkoholkater so fortgeschritten, dass du dir wünschst, nicht mehr am Leben zu sein, weil es einfach so heftig ist. Weil du dich so scheiße fühlst, dein Immunsystem ist sowas von fucking geschwächt, das gibt es gar nicht. Und ja, so sieht das dann auf jeden Fall aus. Und teilweise hält der Kater ja auch zwei Tage an und was soll man dagegen tun? Und ja, Alkoholkater hat natürlich auch immer was mit Flüssigkeitsverlust zu tun. Wenn ich jetzt anfange, nichts mehr zu trinken, irgendwo mal würde ich auch kotzen und Kopfschmerzen bekommen und Migräne und was weiß ich. Natürlich, das trocknet auch irgendwie auch den Körper innerlich aus. Viel, viel trinken ist natürlich da sehr wichtig. Nicht Wodka, also nicht Wodka jetzt nachtrinken, sondern auch mal eine Flasche Wasser trinken und dann mal ein Wodka reinkippen. Dann noch ein bisschen Wasser, dann Wodka, Wasser, Wodka, Bier, Wasser. Und dann ist man eigentlich niemals auf der sicheren Seite. Der Alkoholkater kann immer noch kommen, aber die Chance ist etwas verringert oder er fällt weniger heftig aus. Zumindest meine Erfahrung, die ich euch so geben kann. Bei mir reicht es eigentlich schon, dass ich zwei Bier trinke, zwei 0,5 Bier. Und ich bin dicht und habe teilweise auch schon einen schweren Kater. Deshalb trinke ich meistens auch nur 0,3 Bier, Pilz. Das reicht mir eigentlich und ich bin schon besoffen. Ich muss echt aufpassen beim Alkohol, weil ich es einfach nicht vertrage. So einfach ist die ganze Sache. So, das war ein Video. Schreibt mal eure Kommentare mit Alkohol und ich würde es gerne mal wissen, wie ihr zu Alkohol steht. Was ihr am liebsten gerne trinkt. Trinkt ihr gerne Bier, Wodka oder welche Lieblingsmarke habt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns dann und bis dann.